Hallo ich bin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Heute mit dabei der kleine Kim und der große Leuchtturm Bödelie. Die Leute wissen doch gar nicht, dass ich so klein bin. Man muss doch eigentlich alles verraten. Zu spät. Hier sind sie. Markiere. Ja scheiße, die machen das. Komm nicht rein, ich störe drunter. Ja scheiße. Ich kann keine Leiter hochklettern. Hier, ich hab sie, ich hab sie. Oh nein, ich bin tot. Also okay, ich weiß wo sie sind. In diesem wunderschönen Office. Markiert. Nein verdammt. Noch markiert. Da der Gab aufgemacht, wollte ich gerade rüberspringen ey. Iiiiih, bitte. Achtung, Achtung, Achtung. Ah, nein, er stirbt. Ja, da ist die Schöne, er springt. Oh. Ach, Mann. Los geht's. Come get some. Vergiss dich die Kameras auszumachen. Ja die sind ja erst drin. Oh, ich lauf von der Leiter vorbei, auch nicht schlecht. Kann man machen, ne? Habe ich eigentlich einen Scheiternfach? Ja, habe ich. Cool. Die Ebene zu tief fällt mir gerade so auf. Ach, der Böden ist bei mir da. Das ist ja nett. Scheiße, die hocken schon direkt da unten. Definiere, die hocken direkt da unten. Äh, unterhalb vom Cockpit. Hockt einer? Ja. Böden, bleib mal stehen. Ja klar, Feind nicht entdeckt, ist nicht verarsch. Ich sag, bleib mal stehen und er läuft noch fünf. Warst du das? Das ist unterm Cockpit. Ja. Ja, die Ecke. Ah, hast du markiert, okay. Oh, hier ist aber viel Elektronik. Seht ihr das eigentlich auch? Nein. Nee. Okay, Böden gehen wir mal weiter. Wo müssen wir denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Da bist du schon richtig. Hinter der Wand, wo der Typ ist. Hinter der Wand hier. Warte, da ist ne Ding, da ist ne Ding, da ist ne Ding, da ist ne Ruby Trap. Okay, jetzt nicht mehr. Hinter der Wand hier. Ja, aber da kommst du dich durch. Refusen? Äh, wird dir nichts nicht helfen. Wow, 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 wow. Ja, Tim. Ich sehe es. Ah, okay, das war der Typ, den ich angehittet habe, den ich gemeint hatte, der unten ist unser. Wunderbar. Ich bin noch einer zu sein. Wow, was war das? Ich. Kommst du jetzt runter? Boah, Alter. Ich habe noch 23 HP. War knapp. Aber hat keiner gemerkt, oder wie? Was war... Wow! Das ist das Bereich sichern, ne? Ja. Hä? Ich habe Ewigkeiten gebraucht. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Check mal ab, dass uns keiner in den Rücken fällt hier. Böden, wo hast du dran reingefused? Ah, okay. Ja, rein. Dann ist gut. Ich spring vor euch runter, gell? Mhm, wir haben sie gerade schön im... Oh, fuck. Wo war das? Wo war das? Komm zurück, Böden. Komm zurück, komm zurück. Das ist dieses mobile Schild. Und links in der Tür unten. Wolle mich halt auch. Direkt hinter dem mobilen Schild. Da, hier hockt einer drin. Warte, ich gucke mal dir zu. Wolle, ey. Ich kann nicht, jetzt kann ich. Hinter dem mobilen Schild links in der Tür. Nicht vorgehen, nicht vorgehen. Warte, 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 warte. Mach das anders, mach das durch. Ich schmeiße, mach das. Lauf zurück, lauf zurück. Hier, dann ruhig. Okay, da, jetzt. Mach doch ein Loch in die Wand. Mach doch die Wand da auf. Ja. Ja, die hier. Die gerade auf. 30 Sekunden. Jetzt, go, go, go. Schießt, ich hab nichts. Bring auf die Scheiße, komm. Los. Wo? Links, 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 links. Aber wie, 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 wie alle reingerannt sind, ne? Zu dritt seid ihr da reingerannt und alle niedergeschossen worden. Ne, ich bin ja vorne runtergesprungen. Ich dachte, ich wusste ja nicht, wo das Ziel ist. Ich dachte, die sind viel weiter hinten. Äh, nein. Egal. Dann war ja mal keine gute Runde, war? Runden nimmt einer Mutes. Natürlich nicht. Will sich mal wieder keine antun. Ähm, übrigens, ich hab ne neue Taktik mir ausgedacht. Mehr oder minder ne Taktik. Ah, also abgeguckt? Ne, nicht abgeguckt. Ich hab das bisher noch nicht gesehen so. Aber, ähm. Kann ja sein, dass auch jemand drauf gekommen ist. Aber, wenn wir schon eben in einem Dreierteam zusammen sind und so weiter. Ähm, zum Beispiel Schusslöcher machen, weißt du? Sollte immer einer machen, der eine Schrotflinte hat. Weil das ist ein Schuss und dann hast du ein sauberes Loch. Ja, ich weiß, ich kenn das. Mach ich selber gerne. So, dann machen wir mal hier zu. Können wir hier aufmachen? Hier macht's keinen Sinn. Okay. Äh. Die kommt von hinten. Die kommt von hinten. Ja. Ah, fuck. Da ist eine, wie ist eine hier rein? Ja, Westen nehmen. Ich bräuchte hier noch eine Wand. 10 Sekunden. Die Wandverstärkung ist fast fertig. Äh, hier. 5 Sekunden. Ich hab gepinkt. Andere. Ähm, wenn noch eine übrig ist, eine Wand wäre nicht schlecht hier. Also eine bräuchte mir auf jeden Fall hier. Oder jetzt machen wir hier ein Loch rein. Hier, wo ich hingehe. Ich hab hier mal ein Loch rein gemacht, ne? Da. Oder du machst da ein Loch rein und schießt durch. Wie du willst. Ah, da ist ein Loch rein gemacht, okay. Eben, das meine ich eben. Besten nicht vergessen, eine ist noch da. Da kann ich genommen, wahrscheinlich der Battle Angel. Oh, fuck, fuck, fuck. Was macht... Willy, was machst du da? Ich wollte den abschießen. Oh, das ist nicht geschafft. Du kannst dich rausschießen. Warum kann er rausschießen? Er ist da reingeschossen. Ja, er kann reinschießen, aber nicht. Ach, fuck. Da ist ein Glas oder was? Oh, fuck. Ich hör sie schon. Ich hab mich nicht motiviert heute. Boah, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Kim, hier sind ganz viele. Da vorne? Hier ist ein Schild. Hast du ein... Pass auf, das ist ein Schild, ne? War ein Schild. Das ist noch ein Schild. Das war natürlich... Wenn die zu zweit kommen... Ich hätt sie noch einen Ticken vorlaufen lassen sollen, ne? War da Montage unten drin? Oder nur der Blitz. Uh, was war das? Nein, das gibt's nicht. Was denn? Da war der Montage und der Blitz. Er hat mich auch von draußen erschossen. Das Schlimme ist, den hörst du nicht, wenn der Schuss bei dir... Der hat er gar nicht getroffen. Den hörst du nicht, wenn der Schuss an dir vorbeigeht. Ja. Das ist scheiße. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ja, das läuft ja mal richtig gut. Kein... Entdeckt. Haben wir noch gesehen. Ja. Äh... Könnte schwierig werden jetzt. Von behind, komm schon. Der Battle Angel. Ich glaub ja nicht, dass das gut geht. Sofort eingreifen. Lol, den hat's voll weggeblieben. Hast du's gesehen? Laserbeam. Komm schon. Nein, nicht nachladen. Och, warum lädt der nach, wenn der los geht? Well, das war gar nicht gut. Ah, Mist, ey. Er hat nachgeladen. Das war sein Fehler, ey. Der hatte noch genug Schüsse, um den anderen zu killen. Hey, da hinten war wieder Thor's Hammer. Mjöln mir. Mjöln mir. Mjöln mir. So. Jetzt wird aufgesprüngt. Ja, mein Problem war auch mit der Strohflinte, Alter. Die hat so richtig scheiße zum Nachladen, weißt du? Strohflinte ist generell einfach gay. Nein, 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 nein. Unten sieht clean aus. Zoom, zoom, zoom. Ist jemand... Achso, es gibt ja dann nicht mehr so viele Sports hier, ne? Ja, ich weiß, wo sie sind. Ja, wo? Wo da durch, ne, ne? Wo sie vorher waren. Mjöln, puh, da platziert er in dem Moment grad den... Ah, den Mute, wenn sie... Yes. Ja, da siehst du's. War drin, aber hab's nicht geschafft. Da kannst du, du kannst drüber springen, theoretisch. Bin drüber gesprungen, aber da haben wir ja getötet. Na, da drin bist du gegen irgendwas gegengesprungen. Ich meine, du wirst mal, wo sie sind, nun. Ich weiß immer noch nicht, wo sie sind. Da, wo die roten Flecken sind. Mutig, der Gute. Die sind alle in dem Raum drin, kann das sein? Ich glaub, ja, diesmal schon. Die haben auch einen Puls. Wer schießt denn da? Ich geh unten durchs... ...Ager. Mhm. Boah, einer wollte uns von hinten snacken, die Drecksau. Alter, hab ich mich grad im richtigen Moment noch umgedreht. Uh, war das knapp. Wer mit dir unterwegs ist, du hast tot, oder was? Ja. Ich bin jetzt unterhalb von dir hoch. Ja, komm mal bitte zu mir. Was heißt unter wie von? Du bist völlig falsch. Beim Böen, beim Böen. Sag das doch. Ich bin hier ganz allein in der Ecke. Ich mach... ...mach wenig Spaß. Kann er zu mir kommen? Hier wird wahrscheinlich dahinter der Puls sein. Müssen wir aufpassen. Der Flix kommt, weil ich nicht weiß, wo der rumrennt. Der ist doch draußen. Der ist draußen. Boah. Da war ne Booby Trap. Hier ist einer down. Da ist einer. Ja genau, warte mal. Böen, deck mich mal. Ich setz nochmal ne Drohne ein. Die Drohne ist vorbereitet. Der ist gestorben, verdammte Scheiße. Okay Böen, wir können hier geradeaus durch. Krieg ich nicht. Sag mal, ich check mal kurz oben ab. Bleib da stehen. Wer jetzt bist. Okay, weiter vorrücken. Leute, wir müssen uns beeilen, ne? Ja, noch ne Minute 30. Du hast ne Sprengladung mit. Und ich bin down. Ja, äh, ne hab ich nicht. Ich hab noch einen Fuse. Ach, ist das scheiße, Mann. Ähm, Fuse mal hier vorne, da durch. Hier? Ja. Geht nicht. Ja, da haben wir schon verloren, Alter. Ja, da sind sie im Raum drinne. Da links in dem Raum ist einer drin. Der hab ich erwischt. Was ist das scheiße jetzt? Jetzt ist er raus. Ja. Komm Leute, entweder beeilt euch und haut einen richtigen schönen Zugriff rein oder da kommst du nicht durch. Und jetzt schleppst du wahrscheinlich. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Einfach mal reingesprayt, in der Hoffnung, ich darf was. Äh, das lief ja heute, ne? What the fuck war das? Äh, gute Frage. Hat er dir... Leute, er hat dir einen C4 entgegengeworfen. Das ist auch so sinnlos, dass ein C4 durch die Decke nach oben geht. Lol, ernsthaft? Das ist auch ein bisschen bescheuert. Naja, wir brauchen wieder ein bisschen Zeit zum Eingrooven. Ja, erste Runde seit langem mal wieder. Muss man erstmal wieder reinkommen, da? Ja, in der nächsten Folge wird's besser. Vielleicht. Bis dahin. Made for fun, be with you.